Guten Morgen Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Und heute, wir haben es jetzt 5 nach 8, ich habe zum Glück erst zur zweiten Stunde, heute Schule. Und heute geht es ein bisschen rund für mich und da dachte ich, ich nehme einfach mal die Kamera mit und ich muss jetzt in die Schule. So, ich bin zu Hause, habe jetzt was gegessen und alles und jetzt geht es los, denn ich muss jetzt zum Zahnarzt. Boah, wegen meiner scheiß Zahnspange habe ich oben am Bügel mir die Zunge an der Seite aufgerieben. Das tut scheiße weh. So ein bisschen wie am Anfang, als man die Zahnspange reinbekommen hat. So, ich muss jetzt gleich noch am Vlog ein bisschen schneiden und dann geht es heute Abend gegen 16.45 Uhr, wir haben es gerade, 16.12 Uhr, geht es dann zum Bahnhof und dann fahre ich nach Frankfurt. Um Friseur und so. Es ist für die Deutsche Bahn, ein bisschen spät. So, ich bin jetzt da und jetzt ist es 4.45 Uhr, ich weiß nicht, ich bin jetzt 4.45 Uhr, ich weiß nicht, ich bin jetzt 4.45 Uhr. Es ist übrigens die Bockenheimer Straße, ich muss jetzt warten. Scheiße, falsches Alter. Fuck. Fuck. Ich kann die Seite auf dem Kreis, ich darf mal den anderen Wegstuhl kaufen. Treppen, nehmt immer die Treppen. Treppen. Ich kann die Seite auf dem Kreis, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht,